Herzlich willkommen in der heutigen Folge hier in Küringen. Das ist das eingefroren, was ich in der Küringen hatte. Beide Fahrzeuge sind auf dem selben Kurs. Beide waren links, jetzt hat es umgefällt. Ich glaube, der hat auch rechts gefällt. Und dazu nimmt man den Rest hier mit. Und dann sollte ich mal gucken, ob ich hier den Kurs wieder so hinfühle. Also hier, einer fährt ja wie gesagt zu Heu und der andere fährt zu Gelage. Und dann würde ich auch noch so sehen, dass ich das vorhin kriege. Dass wir das möglicherweise heute in der Straße führen. Ich hatte noch ein Stück zu schauen, ne? So. Da hat man alles drin, wo nicht mit. Also, bevor man die Waffe zu kriegen. So. Einstellen heißt, ich bin eigentlich mit dem Kurs nicht, ne? Ich glaube, man hat ja auch nicht gewünscht. Kann sein, dass wir ein bisschen was kriegen, ne? So. So, da ist es ja auf der rechten Seite, wo es hier ist. Ich bin gerade durchgegangen. Ich weiß... ...und muss das ja ein bisschen... ...so, dass er rüberfährt. So, da. Ja. Kann er gehen weiter. So. Ja. Wenn der Hand nicht frei ist, können wir ihn ganz kurz wieder nicht lassen. Vielleicht ja nix. Aber die Spuren muss ja wirklich noch werden. Ja, die WG hat letzte Nacht gut verdient. Mit 215.000 ist ganz okay. Hier waren wir nebenbei. Was ist denn noch an der Ball? Ach so. Wir müssen hier ein bisschen wieder rüber. Was der Deal an der Bahn ist. Der andere war voll gewesen. Der ist weg. Der rückt jetzt nur genau. Aus, aus. Der wird hier wohl wieder. Da hinten noch zu fähig ist er ganz oben. Aber im Falle ist er im Bus. Weil er da wieder von zieht, wie er anfängt. Er fängt weg an. Na gut. Wir feldet mal ein. Dann lasse ich ihn weg. Und dann lasse ich ihn weg. Dann ist das noch so. Dann wird es ja auch, dass es funktioniert. Dann wird alles aufhören können. Dann ist das noch so. Dann wird alles ein bisschen. Dann wird es ja auch noch mal verpackt. Aber es ist ja noch so. Dann wird es ja noch irgendwo. dass er eingestellt ist. So muss er funktionieren. Ich könnte noch ein bisschen bei der Ruder fahren. Wir müssen ein bisschen was... ...erkaffen. Jetzt können wir wieder ein paar Watt aktivieren. Gut, wenn die Zeit stimmt, ist gut. Aber wie gesagt, das ist eine Breche auch ohne das Produktionswagen. So, gut das Neu auf jeden Fall. Er kommt zurück. Das ist der andere hier. Beim Düngen. Schauen wir, was das ist. Da ist ein Glas. Das ist der Platz. Das ist gut. Aber der Platz ist wichtig, dass man arbeiten kann. Und hier? Ja, 7000. Ja, 7000. Das ist ziemlich viel. So würde er zugehen. Aber ihr könnt ja bestimmt 3-4 mal fahren. So. Jetzt werden wir ein bisschen... ...Eu und die Lage fahren. Das machen wir gleich leer. Die Lage kommt in den BGH rein. Und dann kommen wir... ...Eu in die Position. Da kommt man vielleicht mal ein Stromauflin gewählt. So. Meist brauchen wir... ...Eu... ...Dann wird es ja noch an. Heu brauche zu 50% zur Produktion. Also ich habe mir jetzt ein paar Videos angeschaut. Frischfutter ist auch mehr als die zwei Sachen. Es sind auch Mineralien zugeschnitten, dass wir gar nicht großen Mengen liefern. Es ist mehr wie Heu und Geraden. Das ist bei weitem sicher nicht. Aber das ist 100% genau. Das geht so nicht. Das würde den Rahmen mächtig sprengen. Aber wenn man das will, geht das nicht. Aber wir haben wie gesagt das Problem. Alle möchten im Spiel vorankommen und wenn man das zu kompensiert machen würde, dann wäre es zu schwierig und keiner hätte los. Wir haben jetzt 6 Montag. Das ist alles für Montag. Habt ihr die Arbeit gut gestanden oder müsst ihr nach oben? Ich muss Montag mit der Zeit arbeiten. Ich kann aufrafen. Ja, heute ist das nicht gut. Das ist komisch, oder? Der dauernd. Der dauernd noch hell ist. Die Kamera war sehr scharf. Die Heu-Farmen-Portionen, das ist ja alles, auch nur so da. Da wollen wir nicht im Lager fahren, nur mit zurück. Nur wenn du folgst. Können wir mal gleich in die Uhr schauen, was wir machen, was wir sehen. Also, wir haben Kettel gekauft. Ist freundlich. Und zwar, ich hab das Ziel, ich bin nicht reich. Und da unten war man schon. Und da unten war ich noch ein paar Tage. Und dann sind wir noch ein paar Tage. Also, vor allem müssen wir die Beugnen. Und kaum das Tank. Wenn ich nur zu Grasen war, weil es nicht so geht. Wenn ich nicht so habe, ich muss sagen, ich bin da so. Das ist ja auch ein paar Asma. Wir haben auch noch mal eine Puppe gewählt, wo wir noch einen Wasserflug spielen können. Wenn ich hier nur 16% eingeblendet bin. Wir haben auch noch eine Weile ein bisschen auf. Das war sehr weit. Vor drei Jahre alt. Wir haben auch noch eine Zeichnung hier für Wasserstrom. Einmal mal her. Wir müssen sehen, dass unsere Funktion her ist. Also es soll nicht daran scheitern, dass plötzlich einer sagt, wir können nicht weiterfahren. Das ist eine Frage, das geht nicht. Hier wird gearbeitet. So, wer läuft auf dem Weg? Großes Blocking, krass. Wieso ist jetzt hier Blocking? 352. Der Pferd, und der? Ach, weil der jetzt warten muss, den anderen putzen. Das kann sein, das ist ja gut gelöst. Ich habe dich zusammengefahren, ne? Ah, der kommt ja gleich wieder. Der ist bei. Was macht eigentlich unser Raps? Mal gucken mal. Ob der schon reif ist? Müssen wir mal gucken. Wachstum? Ne, noch nicht reif. Also wir haben keinen Stress. Gedüngt. Ja, wir müssen jetzt die Fläche noch drücken und die. Und die auch. Das heißt, die müssen wir zwangsläufig beigehen. Ah, wir arbeiten uns ab von Feld zu Feld. Könnte ja eigentlich. Ich muss aber hier die anderen Fahrzeuge wegnehmen, ne? Wo ist er? Aber sie haben technisch einen Weg. Dann meckern die anderen wieder. Oder sie fahren immer auf. Das gibt auch die Möglichkeit, ne? Weil ja, dann machen wir dann auf und auf und an. Ich hätte aber auch nicht klar, dass wir dann brauchen, wenn es gleich gemacht werden. Das sind aber auch die Fahrzeuge. Ja, wie ich denke. Das sind aber auch die Fahrzeuge. Ja, wie ich denke. Müsst ihr aber so vordergeben, dass ich erst vordergebe und dann nicht vordergebe. Dann haben wir ein bisschen mehr Luft. Das ist eigentlich notwendig. Dann rauchen wir nicht. Dann rauchen wir nicht. Dann rauchen wir auch sehr viel. Oh. 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 Oh, wir brauchen das Geld auch mit. Ja. Ja. Ich hab noch vor. Vieles vor. Oh. 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 Geh mir den Weg, wenn er sie vor, oder? Mut in der Ruhe! Oh, vielleicht haben wir den Ballen, oder? Eih, wenn... Ja, oder? Oh, was soll ich denn? Ja, aber kann ich nicht mit Armbrot? Nö, die ganze Frage. Oh, die Sonne. Kann ja noch nicht. Vielleicht kann man ihn bei der Arbeit nicht so gut ausmachen. Das war jetzt hier lang. Guck mal, da fällt euch da so ein bisschen reingehen. Ja, er hat ihn aufzupägen. Spure, das klingelt oder nicht? Spure ist auch so. Ah, so. Nur Zeit. Jetzt ja. Die Hohre. Das ist gut. Das war mit Papier. So. Mal schauen, wir sind da oben hier. Mal schauen, wir sind da oben. Und die anderen sind da oben. Ja. Wir sind wieder. Wir sind ein bisschen biten, kann innen kommen, nicht? So liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, jetzt einmal schönen Dank für uns reitschauen und heute mal tschüss, auf Mieke Mieke und tschau, wir haben uns jetzt im nächsten Bereich, am Dienstag, ja, aller Viertel und tschüss.